Die nächsten Tage wird es ein bisschen turbulenter in der Atmosphäre. Regional zumindest ist Regensicht und der Regenschirm gewiss ein nützlicher Begleiter. Würde man beim Blick auf diese Wetterkarte möglicherweise gar nicht vermuten mit dem dicken Hochdruckgebiet hier über den Alpen und über Süddeutschland. Aber der Einfluss des Nordmeertiefs reicht weit und allen voran im Westen und hier im Norden Deutschlands wird es am Montag viele Wolken geben. Und die Nordsee wird sich angesichts des auflebenden Windes dann nicht mehr so ruhig präsentieren. Ja, es sind viele Wolken am Montag unterwegs, allen voran hier von Nordrhein-Westfalen bis in die Uckermark. Ganz im Norden gibt es ein paar Wolkenlücken, die sich im Laufe des Tages schließen. Und im Süden herrscht teilweise dichter Nebel in den Niederungen. Der Nebel geht nur teilweise auf, abseits des Nebels auf den Bergen im Bayerischen Wald und in den Alpen scheint schlicht und einfach die Sonne. Die Höchsttemperatur liegt zwischen 15 und 19 Grad jetzt am Montag in der Südhälfte, abseits des Nebels 20 bis 22 Grad warm. Hier goldenes Oktoberwetter, eben abseits der Nebelgebiete. Und der Nebel kann sich im Süden eben teilweise halten, weil hier der Wind fehlt oder nur ganz schwach wegt. Hingegen im Norden, im Nordwesten lebhafter Südwestwind. Dann wird es im Osten und im Süden am Dienstag auch insgesamt unbeständiger, im Westen hingegen freundlicher. Der Regen zieht sich dann am Mittwoch in den Süden zurück. Dann wird es generell viel Sonnenschein geben nach Auflösung von örtlichen Nebel oder Hochnebel. Danach baut sich ein Hochdruckgebiet auf. Mehr dazu im Sieben-Tage-Trend hier auf wetter.com. Untertitelung des ZDF für funk, 2017